Achso, du hast den schon. Äh, der Diffuser, Leute. Äh, das ist die Secure Area, oder? Alex, geh mal die Diffuser holen. Alter, wieso ist der Diffuser da hinten? Hörst du mich vor? Wer hat das denn da zu lassen? Ja, 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 ja. Ja, Mann. Rattest du den? Nein, du. Alter, ich hatte das noch. Dieser ist unqualifizierte Börse. Alter, wenn du jetzt letztlich kommst. Entschärfer wurde erneut getauscht. Ah, schief! Der Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Hast du Hexer? Michi, schalt den behinderten Hex aus. Ich hab's doch schon gesagt. Alter, das Aim des Todes. Höh.